Werner Zöchling ist am Wochenende zur Mannschaft des 1. FC Köln nach Kitzbühel gestoßen. Der Teamentwickler arbeitet schon seit Jahren mit den Kölnern zusammen und soll auch jetzt wieder helfen, die Ziele für die neue Saison zu formulieren. FC-Trainer Peter Stöger schätzt die Arbeit von Zöchling seit seiner Zeit bei Austria Wien. Bei uns ist der Werner so, dass er auf der einen Seite für die Jungs da ist, die ihn gerne in Anspruch nehmen, das heißt Werner hat natürlich Wissen von dem, wo er Informationen zusammenträgt, wo er die Spieler mittlerweile kennt, hat aber trotzdem ein bisschen Distanz, das heißt in dem Fall ist das vielleicht gut, wenn wer ein Gespräch haben will, weil das ist alles auf freiwilliger Basis. Ich glaube das Entscheidende ist, dass du dich mit der Thematik auseinandersetzt, egal was es jetzt ist, es müsste ein Bewusstsein, worum es geht, es müsste ein Bewusstsein, was auf uns zukommt, es müsste auch bewusst sein, was passieren kann, da musst du dich mit da beschäftigen. Du sagst, das ist so im Vorbeigehen, kannst du das natürlich auch machen, wir wollen das gerne aufarbeiten und das wird der Werner auch machen und auf der anderen Seite ist Werner halt für mich, für mich persönlich jetzt immer jemand, bei dem ich Gehör finde und der mir halt persönlich auch gut tut und der Bewertung von dem, was ich mache und das hat jetzt nicht unbedingt mit dem Sportlichen zu tun, sondern so kannst du den Rundherum drücken.